Auf mein Kommando. Jetzt kann ich das Volk mir in den Besitz nehmen. Folgt mir. Und da geht's ja nur da oben weiter. Mir nach. Hier war nichts verborgen irgendwo. Nein. Zu Befehl. Auf dem Weg. Hier. Schnell. Und los. Zum Angriff. Mir nach. Vorwärts. Ja, da hinten sind auf einmal wieder Trolle. Und Riesenspinnen. Ja, vorwärts. In die Schlacht. Folgt mir. Vorwärts. Zum Angriff. Stand halten, Männer. Sofort. Für den Orden. Und ja, wenn wir wieder in der Stadt sind, können wir ja mal... Mir nach. ...jemanden fragen. Folgt mir. Also ja, wir können dann den... Vorwärts. Vorwärts. Nächsten Seelenstein beim Benutzen, um zurück in die Stadt zu reisen. Sofort. Und los. Oder wir machen das... Zu Befehl. Ja. Kämpft, Männer. Verstärkt die Deckung. Runenkrieger. Zu mir. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Okay, der Deckung hat mir gerade kein Damage stehen. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Hier. Sofort. Alle tot. Alle tot. Auf mein Kommando. Schnell. Und los. Vorwärts. Verstärkt die Deckung. Und los. Sie sind überall. Kämpft, Männer. Ja, folgt mir. Ah, gehen wir jetzt hier runter. Vorwärts. Spinnen, so wie das aussieht. Ja, Riesenfilz. Und los. Mir nach. Kämpft, Männer. Ja, ein Besuch hier oben. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Zur Ehre Aonius. Sofort. Okay, gehen wir erst mal zu den Riesenfilz. Und los. Mir nach. Vorwärts. Zum Angriff. Das ist ein Hinterhalt. Sie sind überall. Schluss, ich gebe nach. Schließt die Reihen. Auf meinen Befehl. Zu mir. Oh, ich bin etwas giftig. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Sofort. Schnell. Sofort. Jo, ihr spawnen überall Spinnen. Mir nach. Kämpft, Männer. Vorwärts. Verstärkt die Deckung. Schnell. Schlagt sie zurück. Etwas raus hier. Zum Angriff. Feindlicher Angriff. Zum Angriff. Schlagt sie zurück. Sofort. So, die Spinnen sind auch weg. Mir nach. Spawn hier auch vielleicht noch welche. Folgt mir. Ne, sieht wenigstens nicht danach aus. Schnell. Zum Angriff. Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Sie sind aber schön viel Erfahrung. Feindlicher Angriff. Auf meinen Zeichen. Sofort. Und los. Mir nach. Für den Orden. Hier könnten welche spawnen noch. Folgt mir. Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Zur Ehre Aonius. Vorwärts. Kämpft, Männer. Und du noch. Sofort. So. Weh mal krass. Und los. Vorwärts. Folgt mir. Jetzt gucken wir mal kurz. Der Stein ist hier. Wo ist der Stein? Hier. Ja. Und los. Mir nach. Also ja. Bevor wir durch die Trolle durchmarschieren. Da ist noch eine junge Felsenspielle gewesen. Hä? Und ja. Was halt noch fehlt ist. Düsterlande. Große Felsspinne. Riesenwaldspinne. 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 Okay. Lass sie da. Bereit. Folgt mir. Und los. Vorwärts. Okay. Vorwärts. Wir gehen doch zuerst zu den Träumen. Weil ich habe das Gefühl, hier geht es doch noch weiter. Weil hier hinten eher Ende Gelände ist. Werden wir ja sehen. Wir haben ja das Glück, dass es eine Rollenspielmap ist. Dass wir nicht mit der großen Armee hier rumlaufen müssen. Ständig warten müssen, bis alle da sind. Sollte nur unsere kleine Grüppchen hier haben. Bereit. Folgt mir. Und ja. Schnell. Tolle sind angenehmere Gegner als... Und los. In die Schlacht. Hab nichts gesagt. Die haben einen Spawner hier. Verstärkt die Deckung. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Und los. Mir nach. Rotzeitenhose, hey. Schnell. Sofort. Für den Orden. Die Linien müssen halten. Halte durch, Männer. Hier. Schließt die Reihen. Und ja, Urugwerfer können. Sie sind überall. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Auf meinen Kommando. Für den Orden. Auf mein Reichweite. Halte durch, Männer. Also sind... Kämpft Männer. Trollfernkämpfer. Schnell. In die Schlacht. Sofort. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Schnell. So, dann den Spawner mal kaputt machen. Also das mittlere Trollhaupthaus hier. Auf mein Kommando. Vorwärts. So, jetzt haben wir wenigstens keine Trolle mehr im Nacken. Sofort. Sofort. Folgt mir. Sofort. Für den Orden. Können uns so die Waldspinnen kümmern. Schlagt sie zurück. Sofort. Das war die erste. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Das war nun mal los. Sofort. Schnell. Ich hab das Gefühl, hier oben laut auch irgendwas Böses. Also ja, Space Force ist so lange her bei mir, dass ich mich an manche Sachen nur noch dumm erinnern kann. Auf meinen Kommando. Also ich weiß, dass hier noch ein Drache lauert. Ich weiß noch nicht mehr wo genau. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Ich weiß nicht, ob es hier oben war oder da drüben. Hier in dem Gebiet. Na gut, wir haben noch ein ganzes Stück. Kaltmark vor uns. Vorwärts. Sofort. Riesenfeld. Vorwärts. Schon wieder. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Auf mein Kommando. Und los. Folgt mir. Vorwärts. Folgt mir. Okay, Riesenfeldspinnen hier dazwischen. Könnte auch irgendwo... Für den Orden. Feindlicher Angriff. Böse Spinne sein. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Vorwärts. Folgt mir. Schnell. Schnell. Zum Angriff. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Schlaft sie zurück. Nein, fast gibt's hier viele Spinnen. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Hier, sofort. Schnell. Oh, du bist groß. Bereit. Für den Orden. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. So, du musst erst mal weg, weil du bist groß und siehst böse aus. Haltet durch, Männer. Ist nur die Frage, bist du jetzt der... Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. asti. Schließt die Reihen. Die große Felsspinne gewesen. Halte durch, Männer. XIIIIIII. XIIIIIII. XII. XIII. 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 XII. 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 XIII.